Kaspar Otto von Glasenab war preußischer Offizier, zuletzt Generalfeldmarschall. Familie. Er entstammte dem namhaften in Pommern Schloss gesessenen Adelsgeschlecht von Glasenab. Seine Eltern waren der Brandenburger Landrat Kaspar Otto von Glasenab und dessen Ehefrau Ernestina von Zitzewitz. Sein Bruder war Generalmajor Erdmann von Glasenab. Er heiratete am 14. Februar 1700 in Köslin Anna Margarete von Zastrow aus dem Haus Bärwalde. Die Ehe blieb kinderlos. Erben wurden seine Brüder Paul Kasimir, Heinrich Christoph und Paul Wedig. Militärischer Werdegang. Nachdem er 1679 in die Garde eingetreten war, wurde er 1683 Fähnrich im kurfürstlichen Leibregiment und 1687 Sekund der Leutnant. Am 9. September 1692 wurde er zum Stabskapitän ernannt, am 15. Juli 1695 zum Kapitän und Kompaniechef des Regiments. Er nahm mit dem Regiment an den Kämpfen in Ungarn, am Rhein und im Brabant teil. Glasenab wurde am 10. November 1705 zum Major befördert, Am 6. Dezember 1709 zum Oberstleutnant und am 11. Mai 1713 zum Oberst und Kommandeur des Regiments, nun Wartensleben zu Fuß. Am 17. Oktober 1723 wurde er Generalmajor und Chef seines Regiments, das nun Regiment Glasenab zu Fuß hieß. Am 10. Februar 1729 wurde Glasenab zum Kommandanten von Berlin ernannt. Die detaillierten Anordnungen von König Friedrich Wilhelm I. Zur Eindämmung der Bettelei und zur Sauberkeit auf den Straßen Berlins setzte er konsequent um. Seine Maßnahmen zur Durchsetzung von Ordnung und Disziplin waren in der Stadt gefürchtet. Am 12. Mai 1732 wurde er Generalleutnant, am 1. Dezember 1735 Gouverneur von Berlin, er blieb jedoch gleichzeitig Regimentschef. Prelat des Hohen Stifts zu Kamin in Pommern wurde Glasenab am 1. Januar 1737. General der Infanterie am 29. Juni 1740. Die Ernennung zum Generalfeldmarschall folgte mit Patent vom 4. Juni 1741. Am 21. Juli 1742 wurde Glasenab aus dem aktiven Militärdienst verabschiedet. Er blieb aber Gouverneur von Berlin und behielt die Horneurs bei der Armee als Generalfeldmarschall auf Lebenszeit. Glasenab wurde 1747 in der Berliner Garnisonkirche beigesetzt. Orden und Ehrenzeichen Ehrenritter des Johanniterordens im Jahre 1696 Ritter des Schwarzen Adlerordens am 17. Januar 1735 Ritter des Ordens Dela Generosite Ritter des Schwarzen Adler